Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo! Bald geht es weiter mit den neuen Folgen Tier-Duell. Ja, aber vorher müssen wir erst erfahren, wer bis jetzt die meisten Punkte gesammelt hat. Genau, beim letzten Mal haben wir uns schon die erste Hälfte angeguckt. Jojo, wie war der Spielstand? Also 18 Punkte für mich und 19 Punkte für dich. Ja, schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Was war denn das nächste Rätsel? Oh, das, das war nicht einfach. Aber ich konnte es trotzdem lösen und habe vier Punkte gewonnen. Ja, geschafft! Und du bist ein kleines bisschen schleimig geworden. Ah, bei mir lief es aber dann auch nicht so gut. Ich habe das Wahlrohrs nicht erraten. Null Punkte. Dafür habe ich danach aber drei Punkte bekommen. Die habe ich mir auch wirklich verdient, weil ich sehr, sehr mutig war. Ach echt, hast du das? Es ist die Spinne. Zurück zu den Punkten. 25 zu 19. Ich habe es einfach drauf. Oh, es sind aber doch noch viele Rätsel übrig. Bei den nächsten zwei zum Beispiel habe ich fünf Punkte gemacht und du nur drei, weil du das Schnabeltier nicht erraten konntest. Ein Tier, das Eier legt, eine Giftstachel und einen Schnabel hat, das ist einfach komisch. Aber bei der Ziege und dem Luchs lief es viel besser für mich. Stimmt! Da habe ich dir sechs Punkte gegeben. Und du hast einen Riesensprung gemacht! 34 zu 24! Wie kann das sein? Langsam mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Ja, solltest du auch. Es sind nicht mehr viele Rätsel übrig. In deinen nächsten zwei Rätseln hast du insgesamt sechs Punkte gemacht und du hast mich ins Gefängnis gesperrt. Dieses Erlebnis überlasse ich doch eher einem echten Besten-Fan. Patricia, so bekommst du keinen Extrapunkt. Das hattest du aber auch verdient. Das nächste Rätsel war einfach und deswegen hast du direkt vier Punkte von mir bekommen. Wie steht es denn jetzt? 38 zu 30. Oh, sag mir bitte, dass noch ein Rätsel kommt. Leider nur noch eins. Und weißt du noch, wie viele Punkte du da gemacht hast? Ja, aber ich würde es nicht sagen. Patricia, warum denn? Sag es doch! Sag! Ich habe null Punkte gemacht. Null Punkte. Und das bedeutet? Dass du nach Punkten gerade führst. Ja. Ich bin der Tierduellmeister! Ja, okay. Momentan bist du vorne, aber das kann sich sehr schnell ändern. In den neun Folgen Tierduell zeige ich, dass ich der wahre Rätsel-Champion bin! Ach, das werden wir noch sehen. Tschüss! Tierduell. Die neuen Folgen. Samstag, 11 Uhr im Disney Channel.